... ... ... ... ... ... Bro, was machst du? Wer bist du? Ich bin der Boss. Was machst du? Ich trainiere. Nein, so geht das gar nicht. Hast du mal Bunyamans Energy Drink gekostet? Nein, hab ich noch nicht. Dann guckst du. Nehmen du einen Schluck, dann werden du so wie Atomraketa. Das willst du mal sehen. Ich muss noch aufmachen. Koste ihn jetzt du. Es ist wirklich so. Weiß nicht. Kommt nichts. Wirklich? Wir haben einen Energy Drink. Mach eine Atomraketa aus dir. Ja. 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 Wir haben einen Energy Drinks. 50% Verbilligung. Von 40 zu 20 Cent. Geh du in Bunyaman Shop und kauf dir diese Scheiße. Wirklich? 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 Vielen Dank.